Ich möchte mich entschuldigen für das Patriarkat. Ist es eine Laufmasche oder die Strickleiter ins Paradies? So sind die Spruch mal bei der Mann bringen kannst. Du klingst wie ein Trittäter auf Bewährung. Es soll einvernehmlich sein nach dem Ja-Heißt-Ja-Prinzip. Was? Ich bin froh, dass du endlich unter die Haube kommst. Und dass es ein Mann ist, egal welcher. Carina, die war wenigstens eine von uns, aber die da ist anders. Ich hasse dich gerade absolutiv, das weißt du. Ich weiß. Boah, wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Ich würde zwar lieber eine Klostein lutschen, aber von mir aus. Komm, lass uns gehen, bitte. Ich hab'n Steak gegessen! Wir beide, Mann, wir gehören zusammen. Ich bin verheiratet. Du denkst darüber nach, ob du eine gute Feministin bist. Aber wenn es hart auf hart kommt, machst du für den letzten Cupcake die Beine breit. Ich bin froh, wann ich es dir cute? Oh! Oh!